Zeigen wir euch mal, woher die ganze Raupe herkommt. Wir, und zwar alle aus dem Hochbeet. Wir machen mal eine Raupe. Larve. Guck mal, alle in den Dings. Guck mal, wie viele das sind. Millionen. Also ich mein, da wär von deinem Essen nix mehr übrig, von deinem Salat. Und ein Beet, ja. Die hättet all der Dings aufgereist. Da kannst du die dann rein tun, gell?